Hallo, ich bin Sejens. Ihr seid richtig hier beim Optionshandelkanal, OptionsstrategienTV. Und heute lesen wir mal wieder ein bisschen dieses Buch. Bis gleich. Das Buch, um was es sich heute dreht, heißt Strategisch investieren mit Aktienoptionen. Das ist von Dr. Peter Putz geschrieben. Und das Buch heißt Konservativer Vermögenszuwachs durch Stillhaltergeschäfte. Das Interessanteste an dem Buch will ich euch gleich mal ganz zu Beginn vorlesen, denn der Herr Dr. Putz hat auch in seinem Buch einige Bücher zitiert, die es noch so gibt. Und da hat er unter anderem auch das Buch Optionsstrategien für die Praxis, also unser Buch, zitiert. Und ich lese mal vor, beschreibt in recht langatmetiger Form das Stillhalten mit Optionen auf Futures und bla bla bla. Und am Ende steht noch, die Strategie basiert auf Kochrezeptartigen Regeln, die in der Praxis zwar erfolgreich sein mögen, aber auch nicht weiter begründet werden. Herr Dr. Putz, vielen Dank für diese nette Einschätzung. Und ich muss auch gleich noch was zum Autor sagen. Er hat auch unter Synonym unser Buch auf Amazon so ein bisschen schlecht gemacht. Macht man ja sein eigenes Buch so ein bisschen hervorheben und andere schlecht machen. Aber sei es drum. Jetzt geht es ums Buch. Und das Buch ist lesenswert. Denn es geht in diesem Buch um den Verkauf von Put-Optionen, also Short-Puts. Und das wird eigentlich in dem Buch recht schön beschrieben. Es geht um Aktienoptionen in den USA. Es wird begründet, warum Aktienoptionen aufgrund der Liquidität. Das sehen wir ja genauso, dass man also eher in den USA handeln soll, wobei sich das gerade auch jetzt ein wenig verschiebt. Also die Optionen an der Eurex werden auch, wir haben zumindest so das Gefühl vom Volumen, von der Liquidität her besser. Und in dem Buch wird eigentlich hergegangen, es werden so die ganzen Modelle erklärt, wie kann man das machen. Die hauptsächliche Strategie ist eben der Verkauf von Put-Optionen. Und dann wird auch so ein bisschen gezeigt, wie er das Ganze macht, also wie er seine Strategien dann umsetzt, welche Erfahrungen er da hat, immer mit vielen Querverweisen und Zusammenfassungen. Also wer sich zum allerersten Mal mit dem Thema Short-Puts beschäftigen möchte, für den ist das ein recht gutes Buch. Deswegen bekommt es von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Also das Buch sollte man sich kaufen. Kostet auch gar nicht allzu viel. Ich weiß nicht, was kostet da vielleicht 20, 30 Euro oder so. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Kleiner Kritikpunkt von mir zu dem Buch ist das, dass es aus meiner Sicht heraus ein bisschen zu wenig auf die Risikokomponente eingeht. Das heißt also, es wird zu wenig gezeigt, wenn es mal nicht für einen läuft, wenn wir also beispielsweise in einen Bärenmarkt übergehen sollten, was macht man dann mit diesen Put-Optionen? Wie rollt man die, dass man zum Beispiel dann Strangles daraus machen kann, dass man die weiterrollen kann, wie man sich eventuell auch mit den Aktien, die man eingebucht bekommt, dann schützen könnte. Hier wird ein paar Mal auch mit angesprochen. Man kann sich ja dann auch einbuchen lassen oder mit den Aktien und kann dann beispielsweise Short Calls daraus machen oder Covered Calls besser gesagt daraus machen. Und man merkt in diesem Buch, wenn man es aufmerksam liest, dass der Autor sicherlich was davon versteht, was er da macht und dass das bei ihm auch aus reiner Intuition heraus sehr, sehr gut funktionieren wird. Aber wer jetzt ganz am Anfang steht und liest dieses Buch, da kommt mir persönlich die Risikokomponente ein wenig zu kurz. Das heißt, da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass es weitergeht. Aber ich weiß, wenn man ein Buch schreibt, dann hat man so etwas im Kopf, was man schreiben will. Denkt an gewisse Dinge gar nicht. Das ging uns ja bei unserem Buch nicht anders. Und deswegen wollen wir das nicht überbewerten. Es ist definitiv ein guter Einstieg in das Thema. Und insgesamt bin ich froh über jedes Buch, was in Deutschland zum Thema Optionshandel erscheint. Und da ist auch jetzt ein Thema als Short Puts, was noch nicht so angesprochen wurde oder noch nicht so sehr angesprochen wurde. Wir haben uns ja mehr auf die Future Optionen konzentriert. Hier geht es um Aktien-ETF-Optionen. Ist das also definitiv lesenswert? Also, ich sage es nochmal, das Buch heißt Strategisch investieren mit Aktienoptionen, konservativer Vermögenszuwachs durch Stillhaltergeschäfte. So sieht das Ganze aus. Ich verlinke euch das Ganze hier unter dem Video. Kleines, dünnes Büchchen, man sieht es nicht allzu dick. Lohnt sich zu lesen. Macht das. Was für die Bibliothek, für die Optionsbibliothek. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Euch alles Gute. Tschüss, servus. Macht's gut. Tschüss, servus. Untertitelung des ZDF, 2020